Hallo und herzlich willkommen zum Community Talk Jugendhakt Thema Informatikstudium. Eine kleine Geschichte, die ich euch zum Einstieg zeigen will. Meine Ex-Martikulations-Urkunde der FU Berlin, dort habe ich ein Semester Informatik studiert. Bei mir hat das nicht geklappt. Das gilt aber nicht für alle Leute. Ich bin sehr glücklich, dass ich bei Jugendhakt arbeiten darf und freue mich sehr, dass wir hier heute vier junge Menschen aus der Community zu Gast haben, die entweder dieses Jahr oder vor kurzem vor ein, zwei Jahren angefangen haben, Informatik zu studieren. Und die werden euch gleich mit einer Stunde lang was erzählen, warum sie das studieren, ist es so, wie sie es gedacht haben und wie ist es jetzt in der Pandemie, ein Studium zu beginnen. Ich freue mich sehr auf Elisabeth, Jana, Malte und Liam und nach dem Vorspann geht's los. Das ist ein Video. Lachen auf ihrem Ende. 5,0-0-1. 0,0-1. 2,0-1. 4,0-1. 3,0-1. Was ist das für eine Stunde? 3,0-0. 2,0-1. 2,0. Hallo! 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 Möchte irgendwer anfangen? Philipp, stellst du uns vor? Stimmen wir uns? Nein, sorry, ich habe vergessen zu sagen. Nee, stellt euch doch mal selber vor. Ich bin gar nicht da. Okay. Malte, möchtest du anfangen? Ja. Klar, wieso nicht? Ich bin Malte, ich studiere Informatik, überraschenderweise. Ich habe dieses Jahr im Sommersemester angefangen. Das heißt, ich habe gerade genau mit dem Anfang der Pandemie auch angefangen zu studieren. Joa, ich glaube, das war's. Jana. Hi, ich bin Jana, ich bin auch Informatikstudentin. Ich habe dieses Semester angefangen, also studiere erst seit acht Wochen, am KIT in Karlsruhe. Ey, möchtest du weitermachen? Elisabeth, möchtest du weitermachen? Ja, genau. Hallo, ich bin Elisabeth. Ich habe genau wie Jana erst dieses Wintersemester angefangen. Das heißt, es ist mein erstes Semester und ich studiere an der Technischen Universität München. Hallo, ich bin Liam. Ich studiere jetzt schon im fünften Semester. Das heißt, ich habe schon vor dieser Pandemie studiert und jetzt auch zwei Semester mit Pandemie. Und ich studiere auch in Karlsruhe, am KIT. Malte, willst du vielleicht mal erzählen, warum du mit dem Informatik, oder was dich zum Informatikstudium bewegt hat? Ja, ich glaube, bei mir ist das vor allen Dingen gewesen so, bei mir war es nicht wirklich eine Frage, was ich studiere, sondern eher ob. Und da ich mich entschieden hatte, dass ich studiere, war es dann wirklich Informatik. Ich bin seit 2013 bei Jugendhackt. Ich hätte jetzt tatsächlich kein anderes Interesse gehabt, wo ich gesagt hätte, das will ich studieren. Also war es für mich eine relativ einfache Entscheidung. Wollen wir einfach rumgehen? Ja, ich überlege gerade, wie das bei mir war. Also ich wusste, dass ich mich sehr gerne herausfordern wollte und ich wusste, dass ich, glaube ich, auch diese akademische Herausforderung mag. Oder, naja, wir werden sehen, ich habe noch keine Klausurenphase gehabt. Und dementsprechend wollte ich gerne studieren. Und ich glaube, ich wollte gerne Informatik studieren, weil ich einfach dieses Problemlösen sehr gerne mag. Und ich habe das Gefühl, dass Informatik auch sehr bemächtigend ist. Also wenn man irgendwie weiß, wie man programmieren kann, kann man einfach eine Webseite programmieren und seine digitale Umwelt irgendwie so ein bisschen mitgestalten. Das fand ich ziemlich cool. Liam, warum hast du angefangen? Warum habe ich angefangen? Richtig statisch. Also ich habe mich schon quasi immer für Computer interessiert. Bin auch schon länger bei Jugendtech dabei. Und das heißt, irgendwie so Computer war schon naheliegend. Und dann dachte ich, ich kriege vom Informatikstudium so ein bisschen ein Grundlagenwissen vermittelt, auf den man so dann aufbauen kann. Und außerdem finde ich auch so diesen Gedanken der Forschung interessant, selber irgendwann auf den Punkt zu kommen, wo man neueste Forschung verstehen kann. Und vielleicht sogar irgendwann, wenn es dann Richtung Master geht, selber auch mal was beitragen zu können zu der Forschung. Und außerdem, ja, was Johanna gesagt hat, die Challenge war auch so ein bisschen so ein Aspekt. Elisabeth, wie sieht es bei dir da aus? Ja, ich habe relativ lange überlegt, was anderes zu machen, weil ich, also ich dachte erst relativ früh, okay, ich möchte Informatik studieren. Und dann ist mir aufgefallen, vielleicht ist es doch zu theoretisch. Da habe ich eine Weile lang rumüberlegt und kam dann am Ende zu dem Schluss, dass genau die Theorie das ist, was ich suche im Studium. Das ist genau das, was ich eigentlich lernen möchte. Diese, auch was du meintest, die haben diese, so eine breite Grundausbildung, so einen groben, so eine Grundausbildung, irgendwie so ein allgemeines Verständnis dafür und gar nicht so, ja, auch gar nicht so super angewandt, sage ich erst mal direkt, sondern tatsächlich auch so ein bisschen die Theorie dahinter, wie funktioniert das eigentlich alles. Genau, das hat mich interessiert und deswegen habe ich mich dann doch für Informatik entschieden. Wollen wir gleich weitermachen? Achso, sorry. Achso, ich wollte dich einfach nur fragen, ob du dann überlegt hast, was komplett anderes zu studieren? Also, was heißt komplett anderes, aber keine Ahnung, Mathe zu studieren? Oder eine Bindestrich-Informatik, also irgendwie Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik oder was ähnliches? Ich hatte tatsächlich überlegt, mehr in sowas, so Richtung Maschinenbau zu gehen. Und dann hatte ich während meines Juniorstudiums aber eine Vorlesung gehört, eine Physikvorlesung, die für Nicht-Physiker war. Und das hat mich unglaublich frustriert, dass der Prof die ganze Zeit gesagt hat, nee, das müssen wir jetzt nicht beweisen, das machen Physiker. Nehmt das einfach so hin. Das hat mich sehr frustriert in der Vorlesung, dass ich mir dachte, okay, nee, das möchte ich eigentlich nicht in meinem Studium hören. Und die Hoffnung ist, dass das in einem Mathematik-Studium ein bisschen weniger ist. Genau. Wollen wir vielleicht weitermachen, mit was uns bisher am meisten Spaß macht? Können wir auch machen. Aber ich dachte, Frau Lig, gerade wäre es vielleicht interessant, auf Mathe-Anteile einzugehen, wenn du schon über Physik redest. Stimmt. Ja, gar nicht. Und dass man vielleicht direkt mal eine Vorwarnung an alle rauschecken sollte, die ein Dritter haben, Informatik zu studieren. Es ist eine ganze Menge Mathe. Das ist wahr. Das ist schon so. Jana hat ja vorhin gesagt, sie will Webseiten programmieren können. Not happening. Lernten wir das im Informatik-Studium? Ja, also ich glaube, man lernt grundlegende Konzepte dahinter. Es ist, glaube ich, so, wie man Latein lernen würde, um danach Spanisch sprechen zu können. Es bringt dir zwar schon was, aber da fehlt noch auf jeden Fall ein bisschen was, bis du da bist und Spanisch sprechen kannst. Ich denke, da kommt auch ein bisschen nachher, dass ihr am KIT seid. Also an meiner Uni gibt es tatsächlich, glaube ich, nach Regelplan im nächsten Semester Webprogrammierung als Modul. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Uni man wählt. Genau, also das muss man auch sagen. Also vor allem in den ersten paar Semestern ist das KIT sehr auf Mathe fokussiert. Also mich und einen Mathematik-Studenten trennt im Grunde eine Vorlesung. Das war's. Also es ist nicht wirklich viel. Und ist die Mathe, die man da jetzt hat, so das, was man aus der Schule kennt? Also tut man da auch irgendwie Graphen analysieren? Oder ist das was anderes? Es ist voll was anderes. Also ich glaube, da können wir alle irgendwie mitreden, dass das, es ist viel mehr Zähne ausbeißen und viel mehr Beweise, so führen. Und es ist auch viel mehr Formalitäten. Aber es ist eigentlich auch, macht's mehr Spaß. Ich find's, ach, ich weiß nicht. Ja, du musst dir nicht zustimmen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber die reine Masse an Mathe, die ich jetzt habe, hätte ich, wenn das so wie in der Schule gewesen wäre, nicht durchgestanden. Also irgendwas ist tatsächlich schon anders. Irgendwie ist es schlimmer. Irgendwie macht's, also irgendwie leidet man viel, viel mehr. Aber es macht so viel mehr Spaß. Also irgendwas. Ach, ich weiß, es ist halt nicht so, hier ist ein Algorithmus, mit dem du dein Mathe-Problem lösen kannst. Du musst die Sachen machen, Nullstein berechnen, wie auch immer, tak, 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 und dann hast du's. Sondern es ist so, Beweise XY. Die Aufgaben sind viel, viel kürzer. Und du sitzt am Ende da fünf Stunden und heulst dir die Augen aus, weil du es nicht im Wohl kommst. Ja, also zuerst sitzt man da fünf Stunden da, guckt auf dieses Problem, guckt auf das, was man beweisen muss oder auf einen Algorithmus und fühlt sich fünf Stunden lang echt dumm, dass man einfach nicht draufkommt. Und wenn man dann nach fünf Stunden irgendwie verstanden hat, um was es da geht, dann fühlt man sich wie ein Genie, obwohl man ja irgendwie nicht mal irgendwie einen Algorithmus erfunden hat oder den Satz sich ausgedacht hat, sondern jetzt nur einen Beweis dafür gefunden hat. Und auch nicht mal der Erste war, der das bewiesen hat, sondern nur einer von 500 Studenten, der das gerade bewiesen hat. Aber man hat's gedacht. Ja, genau. Und da kommt immer der Prof und ist so, ja, das ist jetzt leicht. Und du bist so, wo ist das leicht? Das ist nicht leicht. Aber ich muss sagen, ich finde, dass ich... man muss... Sorry. Nee, sag ruhig. Sag ruhig, bitte. Sprich bitte. Also ich wollte sagen, dass ich aber auch das Gefühl habe, dass man merkt, dass man wesentlich schneller besser wird als in der Schule. Also wenn ich jetzt mir die Übungsblätter aus der ersten Woche anschaue, die würden so viel schneller gehen als jetzt. Und so eine Lernkurve hatte man in der Schule nicht. Das ist halt das, was man rauskriegt aus diesem frustrierenden Zähn-Ausbeißen. Ja, man sitzt halt auch einfach viel länger dran. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe nie irgendwie während meiner Schulzeit zehn Stunden an einigen Matheaufgaben gesessen an einem Tag. Also das hatte ich einfach... Und das stimmt auch. Und es ist einfach viel mehr Zeit, die man jetzt investiert in Matheauf. Und war das dir... Sorry, Elisabeth. Ich denke, es ist halt auch viel, man muss sich wirklich selbst mit den Sachen auseinandersetzen. In der Schule hat es meistens gereicht, im Unterricht aufmerksam zu sein und mitzumachen und dann zu Hause die Hausaufgaben irgendwie so zu machen. Aber das war auch viel Reproduktion von dem, was im Unterricht schon war. Während man in der Uni halt viel mehr sich selbst wirklich auch erarbeiten muss. Also der Unterschied zwischen, was man in der Vorlesung, in der Theorie lernt und dann, was man in der Übung praktisch anwenden muss, das finde ich echt groß. Sodass wirklich, da muss ein Lernprozess zwischen ich höre die Vorlesung und ich bin in der Lage, dieses Übungsblatt zu machen. Da muss ganz viel noch dazwischen passieren. Das hat man in der Schule einfach nicht gehabt. Aber dadurch, dass man sich selbst damit auseinandersetzen muss, lernt man, glaube ich, auch echt viel. Und war das dir von Anfang an klar, als du gesagt hast, du willst Informatik studieren, dass es so sein wird? Also, dass man zehn Stunden an dem Arbeitsplatz sitzt und das, was wir gerade gesagt haben oder was dann, was davon überrascht? Ich meine, man hört ja immer so, ja, Informatikstudium ist viel Mathe. Aber zu hören, dass es viel Mathe ist und zu realisieren, was das bedeutet, war für mich tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen. Also, ich habe viel Mathe erwartet. Es ist mehr Mathe geworden. Und was würdest du dann Leuten, die sich jetzt vielleicht, die wir jetzt vielleicht erfolgreich oder noch nicht ganz erfolgreich abgeschreckt haben, mit dem vielen Mathe und viel Theorie schon zehn Stunden an dem Übungsplatz sitzen, wie könnte man sich informieren, ob jetzt das Informatikstudium unter all den Alternativen, die es ja auch gibt, das Richtige für einen ist? Zuerst einmal würde ich vor allen Dingen gucken, ob man tatsächlich halt normale Informatik studieren will oder vielleicht eine der Bindestrich-Informatiken, wie Jana gesagt hat. Weil vor allen Dingen Richtung Medieninformatik oder so gibt es einige Unis, die tatsächlich deutlich weniger Mathe-lastige Studiengänge haben. Und zum einen dann will ich auch tatsächlich sagen, ich bin in der Schule nie gut in Mathe gewesen und ich boxe mich auch durch. Also ich hatte vielleicht einen Notendurchschnitt in der Oberschule von sieben Punkten oder so in Mathe. Also ich bin kein einsam Mathe-Schüler und ich boxe mich hier trotzdem durchs Studium irgendwie durch. Also man kann es auf jeden Fall schaffen, auch wenn man nicht an der Spitze war im Matheunterricht. Ich glaube, der Punkt ist, man muss es wirklich wollen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Durch die Mathe durchboxen wollen. Ja. Also wenn man da jetzt irgendwie so denkt, ja, ich boxe das irgendwie einfach durch, weil, keine Ahnung, ich muss halt irgendwie studieren. Wenn man mit so einem Mindset drangeht, dann weiß ich nicht, wie lange man das durchhält, sondern da muss man sich wirklich irgendwie ein Ziel setzen und denken, das will ich jetzt erreichen. Und deswegen will ich jetzt diese Mathe lösen. Deswegen will ich das verstehen oder sowas. Also da muss man auch viel sich selbst motivieren können. Liam, du studierst schon ein bisschen länger. Wie siehst du das? Ändert sich das? Sind das nur die ersten Semester, die irgendwie ein bisschen viel sind oder bleibt das eigentlich für immer da? Also ich kann jetzt theoretisch sagen, ich habe alle Mathe-Module, die ich hören muss, für das Informatikstudium abgeschlossen und bestanden. Jetzt könnte ich sagen, ich habe kein Mathe mehr. Aber dann würde man sich ja auch fragen, ist dieses ganze Mathe, das man da am Anfang hat, so komplett unnötig und braucht man das niemals? Und naja, so ganz ist es ja nicht. Also wahrscheinlich ist es am Anfang schon eine heftige Ladung, aber man braucht dieses Grundverständnis und zumindest das Denken dann in allen Fächern weiter. Und was ich jetzt Menschen raten würde, die sich jetzt vielleicht überlegen, ob das das Richtige für sie ist, mal einfach von den Unis, also auch wenn man sich, auch wenn man ein Bindestrich-Informatik-Fach studiert, zum Beispiel Medieninformatik, ist ganz unterschiedlich. Ich weiß, dass es in Ulm gar keinen so großen Unterschied zwischen Informatik und Medieninformatik gibt. Vielleicht eher so ein bisschen Informatik mit einem Schwerpunkt auf Human-Computer-Interaction und Gestaltung. Aber einfach mal den Studienplan. Kann man sich im Internet von jeder Uni zu jedem Studiengang angucken und sich dann mal für jedes Fach so überlegen, was oder sich darüber informieren, ja, was lernt man da eigentlich und ist es das, was ich lernen will? Und wenn man sich dann so ein bisschen informiert hat und ein paar Favoriten rausgesucht hat, vielleicht auch überlegt, in welche Uni man geht, einfach mal mit Menschen reden, die das studieren und so ein paar Fragen parat haben, was man sich darunter vorstellt und ob das dann tatsächlich zutrifft. Das wäre so vielleicht mein Tipp an der Stelle. Ja, ich denke, mir persönlich hat es auch viel geholfen, mit Menschen zu reden, die schon ein, zwei Semester an der Uni studieren und einfach mal so ein privater Gespräch, ganz unkompliziert. Wie findest du das? Ist das mit der Mathe so? Welche Fächer gibt es so? Was macht da Spaß? Ich glaube, wir haben auch jetzt schon zwei Fragen inzwischen, oder? Ja. Die erste ist, wie war euer Start vor beziehungsweise während Corona und wie haben unsere Unis das hinbekommen? Oder vielleicht, dass ich einfach mal so eine Reihenfolge durchgegeben, wer als frühestes angefangen hat und dann bist du der Letzte. Ja, fände ich auch ganz gut. Okay, also... Wie haben wir das vor angefangen? Ja, ich habe noch Studium im Hörsaal und nicht aus dem WG-Zimmer mitbekommen. Und ja, also so der grundsätzliche Stoff, den man lernen muss und wird, ist der gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. Ich glaube, was durch Corona so ein bisschen weggefallen ist oder was man sich zumindest sehr aktiv suchen muss, ist das Gefühl, dass man gerade nicht allein ist, wenn man, ich will nicht sagen verzweifelt, aber wenn man sich bei bestimmten Sachen schwer tut, dann das tatsächlich alle daran... Das hört sich bei uns so an, als ob das Studium nur aus Tränen besteht, Tränen und Mathe. Ja, also Frustrationstoleranz ist tatsächlich irgendwie was, was man wahrscheinlich gut gebrauchen kann. Aber das ist wahrscheinlich schon eines der Dinge, die ich auch sehe. Ich bin auch Tutor und sehe auch, wie jetzt die Erstsemester, die ich unterrichte, so klarkommen. Und ich glaube, das ist ein bisschen was, was fehlt jetzt. Und da wäre halt einfach mein Tipp, sich frühzeitig Lerngruppen zu suchen und große Lerngruppen zu suchen und viele Leute kennenzulernen, auch wenn es online vielleicht ein Stück schwieriger ist, als wenn man sich einfach an den Mensatisch setzen kann. Ich glaube, dann chronologisch hat Malte angefangen im Sommersemester. Ich hatte quasi im Sommersemester angefangen, hatte ich auch ein bisschen so aus Pandemiegründen und auch ein bisschen, weil mir das Geld für mein Gap hier ausgegangen ist. Also habe ich mir gedacht, fange ich ein bisschen früher an zu studieren. Das war dann halt tatsächlich relativ zeitgleich so eine Pandemie statt. Das heißt, als ich angefangen habe, wussten zumindest meine Uni noch nicht so wirklich, was sie machen soll. Wir wussten als Studenten nicht wirklich, was diese ganze Situation jetzt für uns bedeutet. Das war noch so der Motto, so in drei, vier Wochen geht es wieder zurück in die Präsenzlehre, weil es ist ja nur kurz Quarantäne, dann ist alles wieder vorbei. Das hat sich natürlich anders herausgestellt. Und zum Beispiel, was bei uns war, das ist wahrscheinlich jetzt besser geworden, da werden wahrscheinlich Jana und Elisabeth gleich mehr erzählen können, aber bei mir war es so, dass eigentlich im Grunde alle Infoveranstaltungen für uns abgesagt wurden und wir mussten halt einfach alles selbst herausfinden. Wie melden man sich für Klausuren an? Wo findet man Informationen zu welchen Modulen? Vor allem meine Uni hat irgendwie drei unterschiedliche interne Webseiten, von wo man jetzt unterschiedliche Kursinformationen findet. So ein richtig schönes Beispiel für Legacy-Software, also das wollen die anscheinend direkt praktisch beibringen, dass man damit arbeiten müssen kann. Und da hat man halt keine Führung durchbekommen. Ich bekomme es halt auch mit bei den jetzigen Erstis, die jetzt angefangen haben, weil ich ja auch jetzt natürlich schon Betreuung für Erstsemester mache, dass die zum Beispiel viel mehr Infotermine jetzt halt remote bekommen, die wir immer noch nicht bekommen haben, die wir teilweise immer noch nicht irgendwie informiert wurden. Hey, da könnt ihr euch auch noch reinsetzen, ihr habt das ja nie bekommen. Und ich denke, es ist gerade in der momentanen Situation auch ziemlich wichtig, an der Uni zu kommen, die weiß, was sie tut, im Sinne von Organisation und Verwaltung. Ja, war ein ziemliches Chaos im Sommer. So viel kann ich einfach mal sagen. Elisabeth, wie war es bei dir? Anders tatsächlich. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Uni das nicht im Griff hat. Natürlich sind viele Sachen anders gewesen. Man hat irgendwie so dieses ganze Gefühl von irgendwie O-Phase, von irgendwie, wir lernen jetzt die Uni und die anderen Studenten irgendwie kennen, war halt irgendwie nicht da. Man hatte das irgendwie, es gab Online-Veranstaltungen, es war auch ganz lang noch geplant, dann doch noch irgendwie eine Präsenzveranstaltung zu machen. Wir hatten dann eine Campus-Führung mit jeweils einem Menschen, der uns rumführt und irgendwie drei neuen Studenten. Das ist halt natürlich irgendwie ganz nett, irgendwie mal den Campus gesehen zu haben, aber realistisch war ich seitdem auch nur noch einmal da. Ja, ich würde sagen, die Uni hat sich super viel Mühe gegeben und ist im Besten, irgendwie das Beste daraus gemacht, was man irgendwie machen konnte. Das heißt, damit bin ich sehr zufrieden, aber es ist natürlich einfach schade, dass diese Sachen wegfallen, dass dieses Kennenlernen irgendwie, so dieses Ankommen in der Stadt und in der Uni, war eigentlich schwierig. Wie hast du das erfahren, Jana? Ich glaube ganz ähnlich. Also ich fand, ich habe schon das Gefühl, dass ich in meinem Studium angekommen bin, auch wenn ich nur einen Bruchteil von den Leuten kenne, die ich, ich glaube, normal kennengelernt hätte. Und ich finde es schade, dass es immer aktiv ist. Also ich muss mich aktiv auf meinen Discord-Server einwählen, wenn ich irgendwelche Fragen, wenn ich irgendwelche Menschen hören möchte. Ich muss aktiv an Veranstaltungen teilnehmen. Und ich glaube, das wäre im echten Leben einfach anders gewesen. Da hätte man sich irgendwie zu einem neuen Mensatisch dazu gesetzt oder im Hörsaal zuerst mal irgendjemandem Neues neben einem oder keine Ahnung, im Tutorium wären mal neue Leute gewesen. Und das, gut, im Tutorium sind immer noch neue Leute, also in diesen kleineren Übungsgruppen, aber man unterhält sich da ja nicht. Das ist immer, also ich weiß nicht, das finde ich ist immer ein bisschen schade. Also wenn man dann irgendwie in einer Zoom-Konferenz ist und dann sieht man in der Teilnehmerliste jemanden, den man kennt, und dann so, oh, ich würde jetzt so gerne im echten Leben Hallo sagen, aber es geht gerade nicht. Genau. Sonst von der Online-Lehre her, also mit der Online-Lehre komme ich klar persönlich. Ich glaube, es ist mehr dieses Private, dieses Persönliche, dieses Menschliche, wie auch immer. Das ist tatsächlich auch etwas, ich habe ja jetzt Anfang des Semesters ein bisschen noch mitbekommen vom Präsenzvorlesung, wie es vielleicht laufen würde. Ich meine, das war nicht ganz genau, weil natürlich alle Corona-Maßnahmen und so, aber so einige der Sachen an Online-Lehre sind echt praktisch, so wie Vorlesungen auf doppelter Geschwindigkeit abspielen, Pause drücken, was anderes machen können und sowas alles. Also ich hätte nichts dagegen, wenn zum Beispiel Unis einfach weiterhin immer Aufzeichnungen haben von ihren Vorlesungen oder so. Also es hat tatsächlich in dem Sinne auch wahrscheinlich große Vorteile, aber ja, was meintest du, dass quasi soziale Interaktionen immer gezwungen werden müssen, in Anführungsstrichen. Also es muss immer etwas von dir selbst aus aktiv passieren, damit du überhaupt irgendjemanden nur hören kannst, so gefühlt, damit du irgendjemanden sprechen kannst. Diese passive Interaktion, so im Vorlesungs-Saber nehmen, jemand neun sitzt oder so. Nö, existiert halt nicht, Punkt. Ja, das ist eigentlich auch. Wir sind ja alle in neue Städte umgezogen. Also wir sind ja auch alle in neue Städte gezogen, hatten da vielleicht noch nicht so soziales Umfeld. Das heißt, das kommt halt irgendwie noch dazu, dass man dann tatsächlich irgendwie so aktiv Leute finden will, auch natürlich, weil man halt in der neuen Stadt ist und halt irgendwie, ja, da Leute sucht. Ich persönlich fand, mein Wohnheim hat da unglaublich geholfen. Da bin ich sehr dankbar für, dass man irgendwie, man hat so ein paar Leute, die man irgendwie zumindest einfach sieht, ohne dass man irgendwie aktiv sich mit Menschen treffen muss. Das fand ich persönlich sehr angenehm. Nee, da stimme ich dir vollkommen zu. Auch einfach, dass man merkt, dass man nicht alleine ist, der gerade studiert, dass man nicht alleine ist, der gerade, also gut, die Uni ist ja auch nur die Online-Plattform gerade, aber dass man da nicht der Einzige ist. Ja, also so WGs kann man, WGs oder Wohnheime sind auf jeden Fall, also aus meiner Erfahrung, zu empfehlen. Und gerade in so einer Pandemie echt praktisch, weil so ganz allein in seinem Zimmer zu sitzen, ist dann vielleicht auch schwierig. Und ja, also vielleicht könnte man auch einfach zurzeit gar nicht ausziehen. Auch eine Überlegung wert ist dann halt die Frage, ob man zu Hause wohnen bleiben will. Ist auf jeden Fall eine Option. Weil ich sag mal, wirklich viele Menschen aus meinem Studium habe ich nicht in Person kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. Also das meiste geht halt online, geht ja auch für alle anderen online. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, es kann sich lohnen auszuziehen. Also ich hätte ja auch theoretisch zu Hause bleiben können, hätte auch Geld gespart. Also ausziehen ist tatsächlich ziemlich teuer. Aber ich brauche tatsächlich so ein bisschen, dass ich eine Zone habe, wo ich wirklich produktiv arbeiten kann, ohne irgendwelche Ablenkung und sowas. Und nach 13 Jahren Schule weiß ich, dass es nicht zu Hause funktioniert. Deswegen war es für mich relativ wichtig, für mein Studium auch auszuziehen. Und das hat mir auch enorm geholfen, tatsächlich einfach einen Bereich, eine Zone zu haben, wo ich wirklich halt einfach vollproduktiv mit sehr wenig Ablenkung arbeiten kann. Gerade bei den Mathe-Sachen sehr hilfreich. Ich fand es auch Sinn, also ich finde es immer noch hilfreich, dass ich sowohl durchs Wohnheim, aber auch durch die Lerngruppe irgendwie andere Leute habe. Das heißt, ich im Wohnheim, oder als ich im Wohnheim war, ich war jetzt schon länger nicht mehr da, weil durch Quarantäne und private Gründe. Aber wir hatten eine Gruppe, die immer um sieben Uhr aufgestanden ist. Und ich stehe alleine nicht um sieben Uhr auf. Das mache ich nicht. Aber wenn da irgendwelche anderen Leute sind, die klopfen und immer wieder sagen, Jana, du musst frühstücken, du musst jetzt aufstehen. Dann irgendwann macht man das dann doch halt. Und das ist schon sinnvoll und hilfreich. Also, ach, keine. Ja, wir hatten dann auch unseren Discord-Channel vom Wohnheim, einfach so einen Voice-Channel, wo man einfach reingegangen ist, gesagt hat, hallo, ich bin jetzt hier, ich arbeite jetzt auch, sich wieder gemutet hat und jeder hat irgendwie an seinem eigenen Ding gearbeitet, weil die Leute studieren ganz unterschiedliche Dinge in ganz unterschiedlichen Semestern. Aber einfach so dieses Wissen, da sitzt gerade auch jemand, der irgendwie gerade sich dazu zwingt, produktiv zu sein, einfach dieses Wissen hat schon beruhigt, dass man da nicht ganz alleine sitzt und sich nicht irgendwie morgens denkt, hm, jetzt schon wieder. Ja, das hat mir gut geholfen. Ich kann jetzt nicht der Einzige sein, der nicht produktiv ist. Genau. Obwohl man es gar nicht weiß. Du weißt gar nicht, was die anderen Menschen machen. Aber du glaubst es ja. Können genauso gute Songars spielen oder League of Legends. Möglich, aber. Sprech gar nicht aus Erfahrung oder so. Wir haben noch. Wir haben noch Fragen aus dem Chat. Ja. Eine Person fragt, wahrscheinlich noch zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, eure Freude über Mathe ist ja großartig. Aber wie war euer Eindruck von den Informatikinhalten am Anfang? Da würde ich einfach mal anfangen. Informatikinhalt ist erstmal viel, viel theoretische Informatik und dann kommt noch so ein bisschen, man lernt auch in Grundzügen Programmieren, also bei uns am Beispiel von Java, wobei man sagen muss, Programmieren ist im Informatikstudium eher ein Werkzeug als ein explizite, als was, was man explizit lernt. Man lernt die Grundzüge und dann benutzt man es halt, um andere Dinge zu lösen. Was mich in den Informatikinhalten fasziniert ist, dass man irgendwann so an den Punkt kommt, wo man merkt, dass die Dinge aus der theoretischen Informatik, die man da irgendwie lernt, zum Beispiel, dass manche Probleme unentscheidbar ist, dass es einfach theoretische Probleme gibt, die lassen sich nicht lösen, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man das tatsächlich in der eigenen Programmierung anwendet oder irgendwie so theoretische Aussagen über die Laufzeit von Algorithmen, dann tatsächlich, wenn man so sein Python oder sein Java-Programm schreibt, dann weiß man so, ah ja, in theoretische Informatik habe ich gelernt, das und das ist besser. Ja, das wäre mein Ding dazu. Elisabeth. Ja, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich ja an der TUM studiere und ich am KIT und da sind die, zumindest das Programmieren ist im ersten Semester, glaube ich, ein größerer Anteil vom Studium als bei euch. Wir haben eine große Informatikvorlesung, die genau diese theoretischen Inhalte eben auch vermittelt und eben auch so die Grundzüge, was macht eine Programmiersprache aus, wie funktioniert Java, wie funktioniert das so theoretisch auch dahinter, aber auch, wie sieht das aus, wenn ich da Code schreiben soll und dazu haben wir ein Programmierpraktikum, das gibt auch sechs ECTS, also das ist ein relevanter, ein großer Anteil von dem Semester und da haben wir jede Woche Programmieraufgaben, die wir lösen müssen, selbstständig und dann auch abgeben müssen und die sind am Ende unsere Note und deswegen gibt es da auch dann immer Plagiatsprüfungen, das heißt, man muss sie wirklich auch alleine machen, man darf die nicht in Gruppen abgeben, das heißt, mit anderen Worten, jeder verzweifelt jede Woche alleine an diesem Programmieren, es ist halt einfach, man muss halt sehr viel alleine in dem Moment programmieren, man kann nicht, wie bei Mathe, manchmal so sich zusammensetzen und gemeinsam das Problem lösen, weil halt den Code, den du schreibst, der muss halt wirklich von dir alleine in Eigenarbeit entstanden sein, genau, deswegen, das ist was, glaube ich, noch ein sehr großer Teil meines Studiums im Moment, was vielleicht ein bisschen anders ist als bei euch, Malt, wie war deine? Ja, genau, also es ist bei mir wahrscheinlich relativ ähnlich wie bei dir, ich habe auch eine Uni, die sehr viel noch auf tatsächlich Programmieren setzt, wir lernen tatsächlich so quasi sehr parallel die theoretische Informatik mit der quasi praktischen Informatik, haben auch eine wöchentliche Übung, wo auch gerade Anfänger gerne dran verzweifeln, habe ich gemerkt, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, wenn man aus der Jugend-Tech-Community kommt, dass man sich da schon ein paar Sachen zusammenbauen kann, wo andere Leute vielleicht gerade bei den Lul anfangen, aber ja, also auch da ist wieder ein schöner Unterschied zwischen Studiengängen und vor allen Dingen Unis, dass es an einigen Unis deutlich theoretischer zugehen kann als an anderen, aber ja, also bei mir gibt es tatsächlich auch noch relativ viel praktisches Programmieren und das ist auch tatsächlich mein Lieblingsmodul bis jetzt, also Mathe macht zwar Spaß, aber ist auf jeden Fall deutlich interessanter irgendwie Programmierübungen umzusetzen und zu lösen, ich meine, deswegen will ich ja Informatik machen. Zum Thema Anfänger und Programmieren wollte ich noch dazu sagen, bei uns ist es tatsächlich, manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfacher, mit wirklich wenig Programmierkenntnissen da reinzugehen, weil dann bist du gezwungen, von Anfang an eine steile Lernkurve zu haben, du bist von Woche eins, bist du gezwungen, sich mit dem Material auseinanderzusetzen und wenn du schon ein bisschen programmieren kannst, kannst du halt die ersten ein, zwei Wochen halt irgendwie einfach so runterschreiben, kannst du einfach programmieren und das passt irgendwie, weil man weiß halt schon so ein bisschen, wie das geht oder man weiß eigentlich sehr gut, wie das geht, aber irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man nicht einfach die Sachen anwenden kann, die man schon mal gelernt hat, sondern wo man sich wirklich daran einarbeiten muss und wirklich Stunden damit auseinandersetzen muss und das fällt dann den Leuten einfacher, die das von Woche eins gemacht haben, die es von Woche eins gezwungen waren, das zu machen und ich glaube, das ist was, wo teilweise Leute fast abgehängt werden, die schon Programmiervorkenntnisse haben und das dann nicht so ernst nehmen, dass dann doch irgendwo ab Woche fünf, sechs dann doch die Aufgaben echt anspruchsvoll werden und du da nicht am Abend vorher anfangen kannst und einfach hoffen, dass das irgendwie passt. Das kann ich auf jeden Fall keine Sorgen, wenn man nicht so viele Vorkenntnisse hat. Das kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung als Programmierentutor bestätigen. Es gibt viele, die können schon ein bisschen was auch in anderen Fächern und die denken dann, ja, okay, es ist ja eigentlich leicht, aber es wird nicht einfacher so über das Semester hin und da wäre vielleicht mein Tipp, einfach mal am Ball zu bleiben und wenn man es schon kann, dann anderen erklären oder und beim Erklären lernt man ja auch nochmal viel und vor allem merkt man dann, wenn der Punkt kommt, und an dem man es nicht mehr ganz im Detail weiß. Jana wollte ich glaube noch was sagen. Achso, ich wollte dich genau das fragen. Ich wollte dich genau fragen, was deine Einschätzung als Programmierentutor dazu ist. Also, hier ist noch aber ich könnte nochmal, achso, ich, warte, ich kann eine Überleitung machen. Ich wollte noch sagen, dass es am KIT so ist, dass wir relativ, ich weiß nicht, wir haben glaube ich 18 ECTS Mathe im ersten Semester und 11 ECTS Informatik Anteile oder so grob, ich weiß es nicht genau und das, was wir in den informatischen Teilen machen, ist das, was ich größtenteils aus den zwei Jahren Informatik schon kenne, natürlich tiefer gehend und auch wesentlich mathematischer, aber deswegen ist es glaube ich auch nicht so präsent, aber bisher gefallen mir die auch recht gut, wobei ich auch sagen muss, dass mir der Mathe-Teil sehr wichtig war, also ich wollte ein Studium haben mit sehr viel Mathe. Ich weiß nicht, ich weiß, dass ich, ich hatte einmal ein Projekt, was unglaublich mathelastig war und ich saß dann, ich habe mir zwei Wochen lang die Zähne dran ausgebissen und habe dann mit einer Frau geredet, die hat einen Doktor in Physik gehabt und hat das dann als Wochenendprojekt gemacht, weil sie die Mathe halt schon kannte und das in dem Moment war ich so fasziniert davon, ich dachte mir so, oh Mann, das will ich auch können, ich will auch innerhalb von so kurzer Zeit das hinbekommen und ich wusste, dass ich das nur schaffe, wenn ich wirklich viel an meinen Mathe-Kenntnissen arbeite und deswegen wollte ich ans KIT gehen und wir hatten nämlich auch noch die Frage im Chat bekommen, warum wir uns für unsere Unis entschieden haben und deswegen würde ich Elisabeth gerade mal fragen, warum bist du an die TUM gegangen? Ja, ich war mir sehr lange sehr sicher, dass ich ans KIT auch möchte und habe dann irgendwann so gegen letzten Winter oder so, habe dann doch nochmal überlegt, ist das wirklich, ist das wirklich, ist Karlsruhe die Stadt, in die ich möchte, ist das KIT die Uni, an die ich möchte und habe mich sehr lange damit auseinandergesetzt, ob ich an die TUM oder ans KIT will, habe mit Leuten geredet, die an beiden Unis studieren und kam dann am Ende zu dem Schluss, eigentlich macht das nicht so den großen Unterschied für mich, welche Universität das ist, weil die beide eine sehr gute Ausbildung haben und beide einen sehr guten Ruf haben, dann am Ende war es eigentlich die Stadt, die es für mich entschieden hat, das heißt, es war gar nicht so sehr die Uni, ich glaube, das ist auch was, was man sich überlegen soll in Deutschland, die Qualitätsunterschiede der Lehre im Bachelor sind nicht so groß, es ist nicht so wie in anderen Ländern, wo man irgendwie hört, du musst an eine der Top-Unis gehen, damit deine Ausbildung am Ende was wert ist, die ist eigentlich an fast allen Unis wirklich gut genug und wenn man da seinen Bachelor lieber in der Stadt machen möchte, wo irgendwie das nach Stadt aussuchen möchte, vielleicht da, wo die Freunde sind oder so, ist das gar kein Problem, weil halt die Unis sind alle, gerade im Bachelor macht das nicht so den großen Unterschied, an welche Uni man geht, haben insgesamt eine sehr gute Ausbildung, deswegen habe ich dann am Ende mich mit gutem Gewissen für die Stadt und nicht für die Uni entschieden, nachdem ich mich informiert hatte und festgestellt habe, macht nicht so den großen Unterschied, genau. Elisabeth, mit deinen acht Wochen Erfahrung, würdest du die TUM empfehlen? Also sehr qualifiziert hier. Also mir gefällt es gut, aber ich denke, dass es halt wie gesagt, das ist sowas, das muss glaube ich jeder ein bisschen für sich selbst entscheiden, es gibt nicht eine richtige Uni und eine bessere Uni als andere Unis, das ist irgendwie so, am Ende die meisten Unis geben sich Mühe, ich glaube es ist wichtig, dass die Unis, dass man vielleicht von jemandem, der da studiert, hört, die Uni gibt sich Mühe, das würde ich sagen, kann ich von der TUM behaupten und auch von der Fachschaft behaupten, geben sich Mühe und es funktioniert gut, aber es ist jetzt nicht so, ich will jetzt niemandem sagen, die TUM ist besser als alle anderen Unis, du musst jetzt an die TUM gehen, ich weiß nicht, wie seht ihr das mit euren Unis? Bei mir tatsächlich ähnlich mit der ersten Entscheidung, habe vor allen Dingen nach der Uni gesucht, die vielleicht noch in der Nähe der Familie ist und vor allen Dingen in der Nähe von Hamburg, weil ich Hamburg eigentlich eine saugelle Stadt finde und hatte dann auch tatsächlich vorher einen anderen Studenten, den ich aus dem Jugendtech-Umfeld kenne, mal begleitet einen Tag lang, der hier auch studiert, das war halt alles noch vor Corona, deswegen habe ich einen etwas anderen Einblick bekommen, mein Studium hat dann quasi in Corona angefangen und die Uni war quasi nicht mehr die gleiche. Einer der Gründe, wieso man mich jetzt zum Beispiel bisher noch nicht den Uninamen gehört hat, ist, dass ich mich mittlerweile entschieden habe, die Uni zu wechseln und das liegt unter anderem daran, weil die hier, naja, wie ich schon ein bisschen angesprochen habe, halt total verkackt haben, Corona umzugehen und auf den Punkt zu bringen und ich denke, das ist halt auch tatsächlich wichtig zu sagen, also Unis in Deutschland sind nicht besonders wichtig im Sinne von, du musst an diese bestimmte Uni, um den perfekten Abschluss zu haben, deswegen würde ich auch Leuten immer empfehlen, wenn sie tatsächlich unzufrieden sind mit der Uni, also nicht mit dem Studiengang, sondern mit der Uni, guckt euch einfach um, guckt an einer neuen Uni, versucht zu wechseln, ich denke, gerade in Deutschland ist das eigentlich immer die beste Idee, wenn man unzufrieden ist. Wie ist das bei euch im Leben, Jana? Seid ihr zufrieden mit eurer Uni-Wahl? Ja, insgesamt bin ich zufrieden, also ich stimme euch da voll zu, im Endeffekt ist es nicht so entscheidend, an welcher Uni man studiert, ich bin zufrieden, wie ich mich entschieden habe, was man vielleicht noch dazu sagen kann, aber was auch für Leute, die gerade neu anfangen zu studieren, schwierig zu beurteilen ist, ist, ob es denn an der Uni für später Forschung und sowas in die Richtung gibt, was einen interessiert und da hat das KIT so ein bisschen den Vorteil, dass es eine große Uni ist mit vielen verschiedenen Arbeitsgruppen zu vielen verschiedenen Themen, was für mich ein bisschen so ein Grund war, da hinzugehen, aber ich meine, das muss und das kann man vielleicht auch am Anfang nicht wissen, vor allem, wenn man nicht so viel Informatikerfahrung hat. Wobei man dazu auch, glaube ich, sagen kann, dass man während dem Bachelor, also ich, wie gesagt, 8 Wochenerfahrung, aber während dem Bachelor hat man, glaube ich, außer mit der Bachelorarbeit doch gar nicht so viel Kontakt zu wirklich der Forschung, die an der Uni passiert, oder dir? Ja, also das ist richtig, man hat wenig Kontakt. Man schreibt Seminararbeiten und das ist tatsächlich auch das, was mir am meisten Spaß gemacht hat bisher, so eine Seminararbeit in so einem Thema zu schreiben, wo man sich dann wirklich für ein Semester so richtig reinhängt und Forschung dazu liest und so und die Seminararbeiten werden natürlich auch nach Forschungsinteressen von Professoren vergeben, aber dann für den Master spielt es eine Rolle, wo man ist, aber man kann natürlich immer noch nach dem Bachelor dann woanders hin wechseln, hat man ja schon so ein bisschen mehr überlegt. Ich glaube, was generell wichtig ist, ist, dass man sich einfach überlegt, was einem wichtig ist, im Studium, was man lernen möchte, was man mitnehmen möchte. Möchte man am Ende rausgehen mit einer klaren Mathe, einer guten Matheausbildung, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn man irgendwie an irgendeiner Uni studiert mit einer guten Forschung. Möchte man am Ende wirklich gut programmieren können, dann ist es vielleicht besser, wenn man an eine FH geht oder dual studiert oder vielleicht sogar eher eine Ausbildung macht oder ich weiß nicht, ich glaube, das ist wichtig, sich zu überlegen, was man mitnehmen möchte und danach vielleicht am ehesten die Uni auszusuchen, aber am Ende, ich glaube, man kann darüber Jahre nachdenken und es ändert sich nicht viel. Also es ist großteils über Analyse, die auch sehr beruhigend sein kann. Aber ja. Ich glaube, was mir geholfen hat, ist einfach wirklich sich informieren, gerade auch über die Module, was es da so gibt, einfach wirklich mal den Studienplan anschauen und dann hat man schon so einen groben Eindruck, dann mit ein, zwei Leuten reden, die vielleicht gerade da studieren, ob der Eindruck so stimmt und ich glaube dann, wenn man dann eine Entscheidung hat, dann kann man damit auch, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Also das wäre so mein Tipp, auch nicht zu viel, nicht zu viel Sorgen machen. Ich habe mir sehr viel Sorgen gemacht und gar nicht so nötig. Und am Ende, oh, sorry. Nee, ich wollte, ich wollte. Also es gibt am Ende an jeder Uni Studenten und es fangen in den meisten Unis über 100 Leute mit Informatik an und unter den 100 Leuten werden schon zwei, drei coole dabei sein und irgendein Prof an dieser Uni wird auch cool sein und dann kann man ja bei dem seine Bachelorarbeit schreiben. Also ich glaube, ja. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat, welche Online-Formate haben für euch in der Informatik funktioniert und wo habt ihr viel mitgenommen und oder viel selbst oder in Gruppen machen können. Ich kann vielleicht erst mal damit anfangen, was nicht funktioniert. Das ist die einfachste Frage zu beantworten. Was nicht funktioniert ist, man nimmt normale Vorlesungen, wo man ja sowieso schon darüber debattieren kann, ob eineinhalb Stunden jemand steht vorne und klickt Folien durch und erzählt was dazu. Das optimale Format zum Lernen ist, aber noch schlechter funktioniert, wenn man das dann einfach nimmt und dann in Zoom reintut und dann am besten noch nicht mal eine Aufzeichnung davon veröffentlicht. Das funktioniert nicht. Was für mich am besten funktioniert hat, war ein Fach in Telematik. Da hat sich die Professorin mit ihrer Übungsleitung sehr viel Mühe gegeben und hat eine Kombination aus aufgezeichneten Vorlesungen gemacht, die eben so das Grundlagenwissen zum Darstellen, was man sich selbst angucken kann und dann wöchentliche, sehr interaktiv gestaltete Live-Sessions, wo noch ein bisschen von da Themen vertieft werden, wo es irgendwie Quizzes gibt und so. Und das ist für mich gerade das, was am besten funktioniert. Ich glaube, das fällt so ein bisschen unter das große Wort Inverted Classroom, wenn man das so will, aber da gibt es ja auch irgendwie alles und nichts, was da drunter fällt. Und ja, wie seht ihr das denn? Ich würde da gerade anknüpfen, weil bei mir ist es genauso. Ich habe ein Modul, was ähnlich aufgebaut ist, wo wir halt die Vorlesungsvideos haben, die hochgeladen werden. Das heißt, ich kann da Pause klicken, ich kann mir Notizen machen, ich kann vorspulen und gleichzeitig haben wir halt diese Live-Sessions, wo irgendwie die Dozenten größtenteils darüber reden, was sie denn so faszinierend an dem Thema von dieser Woche fanden oder wo man da irgendwelche Anwendungsbereiche sieht. Und das finde ich ganz angenehm, weil es so eine Mischung, finde ich, eine gute Mischung ist, aus, du kannst Pause machen, aber du hast auch noch das Gefühl, dass da ein Dozent ist. Ich habe auch eine Vorlesung, wo nur das Skript durchgelesen wird vom Dozenten größtenteils und das ist mir persönlich zu unpersönlich. Ich möchte gerne auch mal meinen Dozenten sehen. Ich weiß nicht genau, wie er aussieht und das finde ich ist immer ein bisschen schade. Malte, wie liefst du das? Ja, tatsächlich, also du musst, glaube ich, erstmal lieben zustimmen, so Vorlesungen im Sinne von ganz klassischer Vorlesungen, wo Skript durchgelesen wird. In Zoom-Call ist wahrscheinlich, kann man vergessen. Also meine ganze Lerngruppe hat mittlerweile eigentlich aufgehört, diese Art von Vorlesungen zu gucken, ich glaube, mit einer Ausnahme oder so. Und wir gucken uns das Skript an, arbeiten die Übungsaufgaben durch, machen uns eigene Übungsaufgaben und arbeiten uns halt einfach da durch. Aber die Vorlesungen selbst kann man sich halt nicht geben. Also wir sitzen da vor einem Bildschirm und gucken uns eine der langweiligsten Textvorlesungen an überhaupt und schlafen halt ein. Also wir hatten zwar versucht, es interessant zu machen mit dem Trinkspiel, aber dann hat auch niemand dazugehört am Ende. Also kann ich auch nicht empfehlen. Ja, nee, aber also die besten Sachen, die bei uns funktioniert haben, waren tatsächlich auch vor allen Dingen Vorlesungen, die aufgeteilt waren auf feste Aufzeichnungen, die feste Übungen hatten zu diesen Aufzeichnungen und dann dementsprechend quasi auch diese Aufzeichnungen einfach veröffentlicht haben. Der eigentliche Vorlesungsslot wurde quasi als feste Sprechstunde genutzt, wo man einfach in den Zoom-Call gehen konnte. Das sind bei uns deutlich mit Abstand die erfolgreichsten Online-Vorlesungen. Elisabeth, wie ist das bei dir? Ja, ich muss das sagen, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders als ihr, weil ich finde es eigentlich gerade diese normalen Aufzeichnungen, wo einfach eventuell auch schon vor dem letzten Jahr Aufzeichnungen, wo der Prof einfach steht und seine Folien erzählt, so wie er es normal erzählen würde, finde ich fast das Beste. Also ich finde es eigentlich angenehmer, einfach eine, anderthalb Stunden Aufzeichnungen zu haben und dann da drin manchmal noch so Markierungen, wo das neue Thema anfängt oder so, dass man da hinspringen kann. Das finde ich fast angenehmer, das als Hauptmedium zu haben, als wenn man irgendwie die Vorlesungen in verschiedene kleinere Videos aufteilt, irgendwie in 15-Minuten-Videos, dann immer irgendwie noch mit Intro und Outro und nochmal kurz Zusammenfassung, was passiert jetzt. Finde ich persönlich, ich finde es persönlich einfacher, mich anderthalb Stunden lang zu konzentrieren oder auch länger, wenn es länger dauert, auf diese eine Vorlesung durchzuschauen, das finde ich persönlich einfacher. Und auch Sprechstunden habe ich noch keine erlebt, die wirklich super hilfreich sind, außer um eine Deadline zu haben, wo du die Vorlesung geschaut haben musst, damit du mit der Sprechstunde was anfangen kannst. Ansonsten würde ich fast noch an die Frage anknüpfen, wir haben gerade noch eine Frage bekommen, ob es nicht auch gerade hilft, dass diese ablenkungsfreie Zeit auch das Studium noch produktiver macht, als es sonst wäre. Und dem würde ich voll und ganz so zustimmen. Ich denke, ich arbeite jetzt viel produktiver und konzentrierter, als ich das vielleicht sonst in meinem ersten Semester gemacht hätte. Einfach nur, weil halt dieser ganze Sozialaspekt wegfällt. Man unterhält sich nicht mal aus Versehen beim Mittagessen drei Stunden, weil es gibt kein gemeinsames Mittagessen. Und dein Mittagessen machst du bei der Vorlesung, weil die Vorlesung nicht so spannend ist und du was kochen willst. Deswegen, es fällt halt dieser ganze Sozialaspekt irgendwie raus, das bis zur Uni fahren, das von der Uni nach Hause fahren und du kannst dich sehr gut darauf konzentrieren, wenn du das möchtest. Ja, das finde ich persönlich, mir hilft das, glaube ich. Was mir auch hilft, ist, einen Tag sich komplett auf ein Fach konzentrieren zu können. Und nicht irgendwie so eine Vorlesung da, dann eine Übung da und dann noch eine Vorlesung zu was ganz anderem, sondern ich kann sagen, okay, ich mache heute Rechnerarchitektur und mache dann den ganzen Tag nur Rechnerarchitektur. Das finde ich persönlich hilfreich. Ich muss auch sagen, ich finde es teilweise schwierig, weil man schlecht einschätzen kann, wie viel andere Menschen arbeiten. Ich meine, ich weiß, wie viel meine Lerngruppe arbeitet, aber ich weiß nicht, wie viel die restlichen 800 Studenten arbeiten. Und ich glaube, deswegen kommt man schnell in diesen Drill rein, ich muss jetzt noch mehr machen und ich muss 100 Prozent auf allen Übungswettern schaffen. Obwohl die Übungswetter ja eigentlich gar nicht mehr dafür konzipiert sind unbedingt, dass man immer 100 Prozent schafft. Weil ich würde dir da im Prinzip schon zustimmen. Also ich glaube, ich bin jetzt auch produktiver, als ich sonst wäre. Ich weiß aber nicht, ob ich es im normalen Semester deswegen vorziehen würde. Ja, da würde ich nämlich auch direkt zustimmen, weil gerade im ersten Semester hätte ich dir Elisabeth komplett direkt zugestimmt, ja, ich würde viel produktiver. Aber jetzt schon zweites Semester fast vorbei, ich halte es so langsam nicht mehr aus. Ich hätte schon gerne so langsam mal wieder normale menschliche Interaktionen und so ein bisschen das, wie ich mir das Uni-Leben vorgestellt habe. Weil ich will jetzt quasi seit, ich weiß gar nicht, wann ich mit dem Studium angefangen habe, April, Mai oder sowas, eigentlich durchgehend nur mit dem Kopf in der absoluten Produktivphase, abgesehen von den Semesterferien zwischendurch einmal. Aber das macht einen auch irgendwann ziemlich müde, einfach, um es mal nett auszudrücken. Und ich denke, da fehlt natürlich so ein bisschen auch die Ablenkung des Uni-Alltags. Ja, also sehe ich ähnlich. Ja, klar, man kann man jetzt voll produktiv sein, weil jetzt irgendwie man nicht mehr zur Uni fahren muss und so. Und ich war auch definitiv auch in den ersten zwei Semestern eher so auf der Seite, hängt ja auch immer von der Lerngruppe ab, die eher viel für die Uni getan haben. Aber das ist ja auch gar nicht so das größte Optimierungsziel, das man hat, super produktiv zu sein. Das ist vielleicht in den ersten Semestern auf jeden Fall notwendig. Aber es gibt auch noch so viel neben dem für die Uni produktiv sein, sowas wie Hochschulgruppen und Fachschaftsarbeit, die ja auch enorm wichtig ist und auch so ein bisschen bei, dass man vielleicht Work-Life-Balance nennen würde, die im Homeoffice, wenn das Bett einen Meter vom Schreibtisch entfernt ist, auf jeden Fall schwieriger wird und wo man sich, wo jeder für sich selber auch rausfinden muss, wie er damit zurechtkommt. Da kann man gar keine allgemeinen Tipps geben. Ja. Vielleicht ist zu sagen, ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass es sie krass stört, das Online-Studium. Also dass viele Leute kommen auch wirklich sehr schlecht damit klar. Deswegen bin ich einfach froh, dass ich gut damit klarkomme, aber das heißt nicht, dass jeder das möchte. Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass es so für die fachliche Entwicklung gut ist, aber für die Persönlichkeitsentwicklung eigentlich nichts passiert, weil man ist ja mehr oder weniger nur zu Hause. Ja, aber auch das kommt, glaube ich, sehr auf die Person drauf an. Ich glaube, gerade auch in einem Informatikkontext, unsere Universitäten haben es, glaube ich, jetzt vielleicht bis auf bei Malte relativ gut rausgehabt mit der Online-Lehre, so dass man sich auch aufs Studium konzentrieren kann, dass man, wir haben diese Möglichkeit, die Ressourcen zu nutzen, die uns bereitgestellt werden. Ich glaube, andere Universitäten haben da eher noch mehr Probleme. Einzig und allein, wenn man sich überlegt, der Informatikprofessor kriegt es hoffentlich hin, alleine sein Zoom-Meeting zu Hause zu machen. Das ist nichts, was bei allen Professoren immer funktioniert. Also ich glaube, da ist man ein bisschen in einer Luxussituation an der Technischen Uni. Also was man hier vielleicht auch zum Ende nochmal auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es sich jetzt hoffentlich nicht so angehört hat, als ob alles blöd wäre und als ob wir hier nur jammern. Ich glaube, von all den Dingen, die man so während einer Pandemie machen kann, ist Informatikstudieren sicher nicht das Schlechteste. So was Elisabeth gerade schon gesagt hat, man ist selber irgendwie in der Lage, sich digitales Tooling einzurichten, die Professoren und Professorinnen sind da auch meistens dazu in der Lage und also für eine Pandemie ist so ein Informatikstudium schon nicht schlecht. Ja, da möchte ich auch direkt, sorry, ich habe kurz einen. Alles gut. Ich muss sozusagen, ich würde einfach selbst sagen, ich studiere gerade in einer Uni, die Corona nicht hinbekommen hat, die Corona-Situation und ich will ja trotzdem weiter Informatik studieren. Also ich denke ja nicht über einen Studiumabbruch nach, sondern um einen Uniwechsel und ich finde halt einfach ein Informatikstudium macht mega Spaß und ja, ich denke auch gerade die Situation hätte wahrscheinlich von Informatikunis besser geregelt worden als von anderen Unis und Studiengängen und was ich schön finde, man kann an der Qualität der Vorlesung oder Zoom-Calls erkennen, ob es Informatik- oder Mathe-Professor ist. Jefalls bei uns. Und ich habe mehr technisches Problem, dass du, wahrscheinlicher ist es Mathelehrer. Zwei Sachen wollte ich eigentlich sagen, aber mir fällt, ah doch, das Erste ist, dass wir ja auch alle aus der privilegierten Situation herausreden, dass wir alle Lerngruppen gefunden haben, mit denen wir gut klarkommen. Zumindest Malte, Elisabeth und ich und Liam hatte ja schon vorher seine Leute. Das ist ja praktisch Cheaten, wenn man mit dem Corona-Semester anfängt. Und das Zweite, ich wollte, unfairer Vorteil, ich wollte dich noch fragen, ob man das tatsächlich merkt, irgendwie den Programmieren-Abgaben, die du korrigierst. Merkt man, dass die Leute jetzt mehr Zeit hatten als letztes Semester? Also vor zwei Semester? Schwierig zu sagen, weil tatsächlich man sich viel Mühe gegeben hat in Programmieren, wie auch in Grundbegriffe der Informatik und auch in anderen Fächern, dass man so ein paar Anpassungen wegen Corona macht. Zum Beispiel gibt es jetzt zum ersten Mal in Programmieren Gruppenaufgaben, das gab es davor nie. Da wird man tatsächlich gezwungen, mit anderen zusammenzuarbeiten, weil das wissen auch die Übungsleitung und die Professorin, dass Informatik studieren ein Teamsport ist. Man studiert miteinander und nicht gegeneinander. Ja, genau. Und ja, die Abgaben, das ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Also bei einem N von 20 kann man da, glaube ich, nicht so viele Aussagen machen. Wir haben noch eine Abschlussfrage. War der Weg über Jugendtec zum Informatikstudium für euch sinnvoll? Werdet ihr jetzt bei Jugendtec als Mentorin dabei sein? Ich glaube, vielleicht Malte. Möchtest du dazu was sagen? Ja, für mich vielleicht auch voll interessant, weil ich stamme auch privat überhaupt nicht aus dem akademischen Umfeld oder sowas. Das heißt, der einzige Grund, wieso ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, zu studieren, ist tatsächlich Jugendtec gewesen und mein dadurch entstandenes Interesse an Programmierung und Informatik, weil ohne das hätte ich mich wahrscheinlich einfach entschieden, eine Ausbildung zu machen, wie alle anderen in meinem Umfeld. Und dann war ich eher der Odd-ones-out, als ich mich dann entschieden hatte, ich mache jetzt doch noch Abi und danach mache ich dann vielleicht doch noch Informatikstudium. Da war der Weg über Jugendtec ziemlich wichtig für mich sogar. Und klar, ich bin jetzt seit 2019, glaube ich, Mentor bei Jugendtec. Also das werde ich auch weiterhin, denke ich, machen. Bisher bereust du deine Entscheidung noch nicht, oder? Nee, wie gesagt, ich denke, man wechselt nicht über den Studiumabbruch nach. Also Informatikstudium an sich macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Ja. Und ihr? Also der Weg über Jugendtec, also egal, wo der Weg danach hinführt, ist der Weg über Jugendtec immer ein guter. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ja, es gibt so viel, was Leute, die bei Jugendtec teilnehmend waren, danach studieren, die alle irgendwie da glücklich sind und vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wenn man jetzt sich überlegt, ja, Medizin oder doch Informatik, man interessiert sich für beides stark, dann, ja, muss man es natürlich am Schluss gucken, für was man sich mehr interessiert, aber der Punkt ist, dass man für Dinge wie Medizin oder Jura oder so, wenn man da in dem Bereich arbeiten will, als Arzt oder Anwalt oder Richter, dann braucht man einfach die formale Ausbildung, wohingegen man sowas wie programmieren und sich mit Informatikthemen beschäftigen, nebenbei lernen, nebenbei auch als Hobby machen kann und vielleicht auch gar nicht so der schlechteste Weg ist, weil vielleicht, also kann ich jetzt, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass Informatiker und Informatikerinnen manchmal dazu neigen, Informatikprobleme zu lösen und es halt auch gut ist, wenn man so ein bisschen den Background hat und dann in ein ganz anderes Fach reingeht und da gibt es auch sehr viele spannende Probleme, die man mit den Tools lösen kann. Wobei ich da an der Stelle vielleicht noch ein bisschen differenzieren würde zwischen Softwareentwicklung und Informatik, weil das, was wir jetzt in der Uni lernen, ist, glaube ich, was ganz anderes als das, was man als Programmierer, Programmiererin braucht direkt, deswegen denke ich, wenn man weiß, ich möchte Webseiten entwickeln, wie Jana vorhin am Anfang einmal ins Spiel gebracht hat, dann ist ein Informatikstudium auf gar keinen Fall ne Voraussetzung oder irgendwie ne Muss. Das ist ne Möglichkeit, wenn's einen interessiert. Uns macht's, glaube ich, allen super viel Spaß, aber es ist keine Voraussetzung, um irgendwie mit Informatik, mit Programmieren irgendwas zu machen. Genau, aber ja, ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Informatikstudium und auch, ich würde auch sagen, Jungtecht hat da einen relevanten Anteil dran, mich zur Informatik zu bringen. Jana, du bist noch? Ich würde euch da allen zustimmen. Ich finde, unter anderem Jungtecht hat mir auch so ein bisschen die Sicherheit gegeben, dass es gibt so viele Menschen mit absolut nicht geraden Lebensläufen und am Ende haben sie trotzdem ein cooles Leben und die sind am Ende trotzdem super erfolgreich, obwohl die 10.000 verschiedene Jobs hatten in ihrem Leben. Und ich glaube, so ein bisschen die Sicherheit hat mir unter anderem Jungtecht gegeben und ohne um jetzt dieses riesige Fass aufzumachen, ich bin auch dankbar, dass ich bei Jungtecht angefangen habe mit Informatik, weil bei Jungtecht halt doch ein bisschen mehr als 13% Mädchen rumrennen, so wie es am KIT in Informatik ist. Und das fand ich auch angenehm. Ohne jetzt, das ist ein komplett anderes Thema, aber ohne da jetzt viel zu tief reinzugehen, das fand ich auch sehr angenehm, dieses akzeptiert sein und willkommen sein. Jungtecht ist auf jeden Fall ein sehr inklusives Umfeld, um mit Programmierung und Informatik in Berührung zu kommen. VfV habe ich auch gemacht. Und Jungtecht hat mich sehr stark dahingehend beeinflusst, dass, also während ich bei Jungtecht sehr viel war, bin ich ja sonst zur Schule gegangen und während der Schule merkt man schon, dass Lernen Spaß machen kann, aber man ist dann vielleicht doch nur einer von zwei Mathe-Cracks in der Klasse oder wie auch immer. Und bei Jungtecht ist man da plötzlich mit 30 anderen Menschen, die alle Spaß haben und programmieren, die alle Spaß haben in Informatik und man merkt endlich, was es eigentlich bedeutet, wirklich zu lernen und gerne zu lernen. Und davon lernt man auch viel mehr mit Informatikstudium kennen. Das ist richtig schön. Und auch gemeinsam zu lernen. Gemeinsam zu lernen. Oh ja, Teamarbeit. Ja, in einem Umfeld, wo alle richtig Bock drauf haben und alle Spaß dran haben und nicht irgendwie Gruppenarbeiten in der Schule, wo man dann irgendwie versucht, irgendwie motiviert zu sein, aber eigentlich nicht motiviert ist und der Rest eigentlich auch nicht. Ja. Stimme ich einfach so voll und ganz zu. Haben wir da noch was? Ich glaube, Jugendtecht hat auch so ein bisschen den Grundstein gelegt für dieses, was Liam kurz eben meinte, das Studium Teamarbeit ist. Ja. Und die Jugendtecht, man schafft die Projekte dort meistens nicht alleine innerhalb von einem Wochenende. Und wahrscheinlich, ich glaube, ähnlich ist es mit dem Studium. Man braucht andere Menschen für seine Beweise, denen man einmal kurz seinen Hirnmüll ausgeben kann und die machen daraus einen fertigen Beweis. Gut, dann kommen wir zum Ende. Ja, hallo. Hier ist die geheimnisvolle Stimme aus dem Ort. Perfekt. Ich kann euch noch kurz sagen, es sind jetzt so viele Fragen gekommen, aber ihr habt euch schon bereit erklärt, vielleicht noch im Video-Button vorbeizusein. Vielen, vielen Dank. Ihr habt das mit dem Teamwork perfekt unter Beweis gestellt und es ist, glaube ich, auf großes Interesse geschlossen. Also vielen Dank nochmal, dass ihr Zeit habt, hier auf dem Wikiparker-Kanal zu reden. Und ich sage, am besten mit der Engel-Kommunik-Support, super, dass ihr da dabei seid und gehen sozusagen zurück in das Studio in Ulm, wo der gute Max jetzt versucht, die Schalter wieder zurückzuholen. Also macht's gut, ihr habt alle noch mal winken. Ich war Philipp von jedem Tag und vielen Dank an Liam, an Isabel, an Jana und an Walter für diesen tollen Talk.